Sehnsüchtig warten alle Fans von Helene Fischer auf die offizielle Bestätigung der Sängerin zur Geburt ihrer Tochter. Doch bisher hat der Schlagerstar noch kein persönliches Statement nach den süßen Baby-News abgegeben. Umso überraschender kommt nun Helenes erster Instagram-Post. Doch dieser fällt ganz anders aus, als von den Fans erhofft. Statt persönlicher Worte als frischgebackene Mama postet Helene lediglich eine Ankündigung zu ihrem neuen Projekt. Jetzt oder nie wird der offizielle ARD Olympia Song sein. Doch die Fans sind von dem Beitrag alles andere als begeistert. Unter dem Post häufen sich die Kommentare der Fans, die sich von der Neumama eine persönliche Botschaft gewünscht hätten. Team Helene, also wieder kein persönlicher Beitrag von Helene? Naja, ich finde es schade und das ist nur meine Meinung, postet eine Userin. Ein weiterer Fan bringt es auf den Punkt. Ja, ich glaube viele warten auf ein paar persönliche Worte von ihr. Bisher hat die Sängerin ihr Privatleben so gut wie möglich geschützt. Gut möglich, dass sie nun auch ihre Tochter komplett aus der Öffentlichkeit heraushalten möchte.